Was ist bei Corona durch die Maske, wenn man hier reinkommt, man hat immer das Gefühl, dass alle sehr bedacht sind, dieses Hygienekonzept perfekt umzusetzen, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Und ich hatte auch keine Angst, mich irgendwo zu infizieren oder mit jemandem in Kontakt zu treten, der vielleicht Corona hat, weil strahlend, sauber, perfekt. Ich war sehr überrascht, eigentlich geflasht von dem, was dort mich erwartet hat. Die Freundlichkeit, die Höflichkeit der Mitarbeiter, das Zuhören und dann die Entscheidung zu fällen, die komplette Behandlung innerhalb einer Sitzung machen zu lassen, war genau die richtige Entscheidung. Durch die Empathie, die einem die einzelnen Personen entgegenbringen, das Einfühlungsvermögen, einem die Angst zu nehmen, indem man das genau erklärt, was passiert, was gemacht wird, wie es gemacht wird. Also jederzeit, in der man sich dort auf den Stuhl gesetzt hat, wusste man, was passiert. Jederzeit wieder. Gott sei Dank, ich habe jetzt feste Zähne und ich kann jedem nur empfehlen, sich zumindest Dentaprime anzuschauen, wenn er das Thema Zahn ins Auge fasst, weil kompetent, professionell, einfühlsam und Dentaprime ist jederzeit eine Reise wert.